Hallo, hier ist Markus Fugmann. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich wollte Sie nur informieren, dass Videoausblick und Marktgeflüster erst mal bis auf weiteres entfallen müssen. Mindestens diese Woche. Ich hatte gestern einen etwas schweren Unfall mit dem Fahrrad, bei dem ich im Prinzip mit dem Gesicht gebremst habe, sodass da einige Verletzungen im Gesicht sind. Ich möchte Ihnen da ersparen und mir auch ersparen, hier vor die Kamera zu treten und einfach nur informieren, dass hier jetzt in den nächsten Tagen erst mal zumindest das gewohnte Format Videoausblick und Marktgeflüster so nicht stattfindet. Vielleicht kann ich perspektivisch dann, ohne im Bild zu sein, bis die Dinge vielleicht so einigermaßen verheilt sind im Gesicht, dieses Format wählen, sodass Sie nicht mich sehen, sondern einfach nur den Monitor ist vielleicht auch nicht so schlecht. Erspart man sich ja auch jedenfalls einiges. Jedenfalls würde ich in einem Schönheitswettbewerb mit dem Glöckner von Notre Dame derzeit in jeder Hinsicht chancenlos sein. Dementsprechend macht es keinen Sinn. Also ich wünsche jetzt erst mal alles Gute. Es wird schon weitergehen. Ich weiß nur noch nicht genau wann, wenn die Dinge so ein bisschen verheilt sind. Und ich hoffe, Sie haben gute Tage und schauen Sie mal rein bei den Finanzmarktwild. Das würde mich freuen. Alles Gute. Bis dann.